Was? Warum schießt er mich tot? Hallo Leute, ich bin der Miro und wie in der letzten Folge angekündigt, kommt heute mit Abstand die dümmste Folge überhaupt. Wir hatten echt die größten Dulli-Teammates, die man haben kann. Das war echt unglaublich. Und ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß mit der Folge, insofern man mit so einer dummen Folge überhaupt Spaß haben kann. Und ja, los geht's. Bleibst du hier oder was? Dann gehe ich mal. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn einer von hier unter dem Regal durchschaut. Also komplett hier im Winkel. Also wäre eine Idee zumindest. Ich schicke, ob Tom halt hier durch die Decke gekommen ist. Oh, hier. Ich glaube, ja, da war Fuse an der Tür. Ich habe aber das Ding zerschossen. Ja, weiter abgewehrt. Nice. Und der Typ ist auch tot. Ein Schildtyp treibt sich auch noch. In der Ecke oder was? Hier, bei mir. Hier, hier. Ne, bei mir. Decken. Kommt der Böckchen runter. Nice. Nice. Ach, war. Ich habe einen dabei. Bei Bonn ist mindestens noch einer im Raum jetzt durch die Decke gleich. Außer er macht den. Nice. So läuft das. War der jetzt gerade im Haupteingang? Habe ich den vorbeihuschen? Oh ja, hier vorne ist er. Ich habe einen Fehler, ja. Scheiße. Ähm, versucht direkt wieder nach Ranked zu suchen. Weil da kommt ihr normalerweise wieder in das Spiel rein, in dasselbe. Habt ihr die Runde jetzt geholt oder verloren? Hm, ja. Okay, nice. Okay, dann, Natsen, versuch einfach zu reconnecten und wir geben unser Bestes derweil. Da drin, aber bei anderen Leuten. Bei, äh, normalerweise müsstest du, wenn du nach Ranked suchst, direkt auf den Server da kommen. Habe ich. No, jetzt. Bei, äh, anderen drin. Ach, mein Nuh. Okay, na, dann müssen wir jetzt 4 gegen 4 zu Ende spielen. Wenn die beiden Schildtypen sich jetzt an der Wand abseilen, macht das keinen Sinn. Weil sie dann ihr Schild nicht benutzen können, dann sind sie richtig dumm. Und der eine macht's schon. Na, da geh ich doch weiter in die Rohrung, solange wie ihr zockt hier noch. Jo. Da hängt er. Steht runter. Ach, manche Leute. Also macht keinen Schild mit, äh, keinen Sinn, mit Schild da hoch zu... Genau. Aber in dem Fenster ist der verreckt, okay. Der andere macht das auch, ne? Ja, der ist auch verreckt, Alter. Okay, wir sind allein gegen 4. Ich würde eigentlich fast, wir nehmen diesen Balkon da vor uns. Weil dann können wir nämlich in einem geraden Winkel quasi, ohne an der Wand zu hängen, ins Gebäude rein. ... Der Junker rastet aus. Ich sehe hier nichts. Was so normale Breaching Charges? Weil ich hab halt nur die, die so lange dauern. Ja. Normale hier. Ich fack da mal kurz ne Granate rein. Hier in den Seitenraum Bereit? Ja Achtung ich kreuz jetzt dich Geh schon mal rein Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier Wobei Ja nicht unbedingt aber Besser als ewig Zeit lassen Eno ist hier irgendwie bis unterwegs Ja was sind das? Wer rennt denn hier so krass? Okay Bei mir wurde Da ist schon der nächste Wartet Ist der bei dir im Raum? Ja der kam gerade rein Er stand kurz davor Er war jetzt auch ziemlich verbuggt Bei mir Er hat sich ständig in Lehne bewegt Wo ist der Typ der hier die ganze Zeit Der da im sprinten ist Oh fuck 15 Sekunden nur noch Wollt ihr mich verarschen? 10 Sekunden remaining Scheiße Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet Wie läuft's? 1 1 Okay Ja Wir haben gerade einen verloren Das ist schon mal nicht Durchs decken noch kommt auch noch einer Scheiße der hat sich verreckt Die verrecken übelst schwer? Was war denn das? Oh fuck Ich habe jetzt nicht verstanden Warum er von der Ecke weggerannt ist Also ich habe eine Kamera da Wo wir vor uns rein sind Und da ist derzeit auch niemand Wieso will der mich schlagen der Typ? Wo bist du jetzt? Ganz oben? Oben Auf dem Dach ja Wo sollst du von der Ostseite aus rein zu? Okay Okay Da war schon mal jemand Schauber ab Bringt nichts Ah hier im Nebenraum ist Jetzt schon mal der eine Was? Warum schießt der mich tot? Warum? Wieso ist der außen gewesen? Nein das ist unser Mann Ich bin für vote to kick Da spielen wir zwar nur noch 3 gegen 5 Aber was willst du denn machen? Wo ist der Typ jetzt? Ah der spielt gar nicht mehr oder was? Der klotzt jetzt Achso der versucht die Ah ja der hat die Hostage verletzt Was soll das alter? Der ist so dumm Wir können doch nichts dafür Dass er scheiße ist Okay wir sind jetzt gleich verteidiger Dann müssen wir den als erstes erschießen Ja klar T-Backen Hä? Der ist so dumm Das hat diese komische Sinister kapiert glaube ich Das vote kick Nicht Der hat nämlich schon beim losgehen Versucht mit der Äh mit seinem Hammer zu treffen Toll jetzt kriege ich Jetzt werde ich wahrscheinlich gedrankt Weil der hier scheiße ist Richtig dumm alter Jetzt macht das auf einmal richtig Oder was macht der jetzt Ein 1 in 5 Lol Ja Wir haben übelste Dully Gegner Die sowas nicht raffen Wenn da die Tür aufgeht Und dann müssen wir aber Solche Anti-Mates haben Ja Wird auch Zeit Dass er stirbt Bandit Okay Bandit muss erschossen werden Damit haben wir zwar dann so gut Wie das Match verloren Aber Was willst du machen Ja Ich hab's Schrauben So Tasche liegt vor der Bitch Wobei mit drei Mann Können wir das eigentlich noch packen Weil der Raum ist Wenn wir den gut machen An sich machbar Leute jetzt geht ja schon los Weil wir jetzt die ganze Zeit Beschäftigt waren mit der Scheiße Willst du draußen bleiben? Hm? Willst du draußen bleiben? Willst du Zimmer? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig Okay da sind sie Direkt vorne an der Bude dran Das sind so dumme Menschen Das geht gar nicht klar Ey wenn ich jetzt echt Gevote darum mussten wir sterben Keine Ahnung was das sollte Aber Ja Man trifft die Toten Jetzt haben wir es hinter uns Ich hoffe euch hat die Folge Trotzdem gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Bye bye Leute Und Ciao Ciao